Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen hier wieder zum Free Spirit Podcast. Es gab jetzt eine ganze Weile keine neue Folge und das hängt auch ein bisschen mit dem heutigen Thema zusammen, dem Herbstblues oder wie du einfach mit, naja sagen wir, traurigen, negativen, niedergedrückten Stimmungen umgehen kannst. Und ja, wenn das ein Thema für dich ist, dann bleib doch gern dran. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du dran geblieben bist. Ja, heute widmen wir uns einem Thema oder widme ich mich einem Thema, das ja in meinem Leben auch schon einen sehr, sehr großen Stellenwert eingenommen hat. Und zwar geht es im Endeffekt um den Umgang mit, naja, ich will nicht sagen negativen Emotionen, aber schon Emotionen, die, ich sage jetzt mal, in unserer Gesellschaft allgemein gesehen schon als keine so guten Emotionen angesehen werden. Wenn wir bedrückt sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir vielleicht kraftlos sind, um das Wort in den Mund zu nehmen, wenn wir irgendwie depressive Verstimmungen haben, was ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr schnell auch ein Stigma ist, wo man eigentlich auch gar nicht hin will. Vielleicht klingt dann Burnout noch viel besser, weil Erschöpfung und Ausgebranntsein, gerade für die Männer vielleicht unter uns, klingt das vielleicht besser oder ehrvoller als, ja, depressiv zu sein oder vielleicht sogar mit Depressionen zu tun zu haben. Und wie schon gesagt, war das ein Thema, was mich auch in meinem Leben schon eine ganze Weile begleitet hat, in zyklischen Phasen, mal mehr, mal weniger. Und es gibt halt, ich sage jetzt mal, bestimmte Jahreszeiten, kennst du vielleicht auch, wenn das Thema irgendwie in deinem Leben präsent ist, da kommt das häufiger hoch oder verstärkt. Und so ist es bei mir natürlich auch im Herbst oder in den Wintermonaten, je nachdem, wie, ich sage jetzt mal, stabil auch das eigene Umfeld gerade ist. Also was, und zu Umfeld meine ich, wie guten Kontakt zu Freunden hast du, wie läuft es auf deiner Arbeit gerade, was machen die Finanzen, was macht die Gesundheit. Und das sind natürlich alles Faktoren, die dazu beitragen, wie deine Stimmung ist. Und gleichzeitig hält der Herbst natürlich oder auch der Winter für uns eine bestimmte Energie bereit, weil dort, wo im Frühjahr wirklich die neuen Ideen kommen, das aufsprießt, im Sommer seinen Höhepunkt vielleicht findet, kommt dann halt im Herbst und im Winter die Einkehr. Und das erst mal als natürlichen Lebenszyklus zu akzeptieren, das hat mir damals schon geholfen, geholfen, zu verstehen ja, dass die High Energy einfach nicht im Herbst vielleicht zwangsläufig da ist oder im Winter, sondern dass es da wirklich um Einkehr geht und dass das an der Stelle eine total schöne Qualität bekommen kann, wenn man sich dem sanft und liebevoll nähern kann. Und genau, darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit dir in der Lektion sprechen und vielleicht einfach mal ein paar Fragen in deinem System zu Beginn geben. Wie gehst du denn mit solchen Gefühlen um, wenn jetzt Trauer in dir hochkommt? Oder tatsächlich, ich sage jetzt mal, diese niedergeschlagene Stimmung oder dieses Gedrückte, was machst du dann? Also fängst du an, dagegen zu kämpfen? Tust du vielleicht so, als wäre es gar nicht da? Lässt du dich völlig hineinfallen am besten und tust dir total selber leid? Da gibt es ja die spannendsten Mechanismen, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich möchte heute mit dir einfach ein paar meiner Strategien oder Tipps teilen, die mir einfach dabei helfen, genau in solchen Momenten auch einen kühlen Kopf zu bewahren, es dennoch zu fühlen und gleichzeitig nicht im Selbstmitleid und im Drama zu versinken. Genau, und da würde ich jetzt gern mit dir ein bisschen hinschauen. Ich finde ja immer das Wort, wenn man das hört, Depression oder depressiv, also ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber in meinem Leben ist das ein Wort, mit dem ich überhaupt gar nicht gut umgehen kann, oder weil es, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr, sehr häufig einen Stempel jemanden draufdrückt. Der hat das und mir wurde damals gesagt, als mir das tatsächlich das allererste Mal öffentlich von einem Arzt diagnostiziert wurde, das haben sie jetzt für den Rest ihres Lebens. Das ist genetisch bedingt, das liegt in ihrer Familie. Wir sehen das bei ihren Eltern, da gab es das auch schon. Und stellen sie sich darauf ein, dass sie für den Rest des Lebens Antidepressiva nehmen. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, wie ich geguckt habe und im ersten Moment auch echt geschluckt habe und dachte, what the fuck, ist das gerade dein Ernst? Und das hat mir ein Arzt gesagt und es hat mir nicht nur ein Arzt gesagt, das haben mir zwei, das haben mir drei Ärzte gesagt. Und ich will nicht sagen, dass es keine genetische Vererbbarkeit an der Stelle gibt oder dass das nicht weitergegeben werden kann, aber ich habe mich definitiv gegen die Aussage gewehrt, dass das jetzt für den Rest meines Lebens so sein soll. Und natürlich habe ich mich nicht gleich gewehrt. Ich habe tatsächlich über ein, zwei Jahre lang, das war damals zu Beginn meines Studiums, wo ich absolut keinen blassen Schimmer hatte, wo mein Leben hingehen soll, keine Vorstellung von irgendeiner Planung hatte, habe ich tatsächlich auch über eine Weile Antidepressiva genommen. Und weil, ja, das war die Möglichkeit, die mir in dem Moment zur Verfügung stand. Das war die Möglichkeit, die meine Eltern genutzt haben. Also dachte ich mir, wird das wahrscheinlich auch meine Möglichkeit sein. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, und das soll auf gar keinen Fall eine Antiaussage gegen Antidepressiva sein, weil die haben total ihre Berechtigung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber ich habe mich halt wirklich gewehrt oder innerlich war mir das total suspekt, dass das jetzt ein ganzes Leben lang so weitergehen soll. Da musste einfach noch mehr damit zusammenhängen, genau. Und um es vielleicht schon vorwegzunehmen, das Ganze ist jetzt sechs Jahre her. Ich habe das damals genommen, habe es seitdem nie wieder genommen. Und mir geht es gut und gleichzeitig stimmt es. Es gibt eine Veranlagung in mir, in diese, oder ich weiß nicht, ob es eine Veranlagung ist. Vielleicht ist es auch ganz natürlich und manche haben es Stärke, manche haben es Schwäche. Aber schon in diese Momente reinzugleiten, wo man sich vielleicht auch ein bisschen leid tut, wo alles ein bisschen düster ist, wo man gerade keinen so richtigen Blick dafür hat, wo es lang geht und gerade ist es tatsächlich so, dass da mehrere Situationen zusammenkommen. Also es gibt bei mir eine Wohnsituation gerade, es gibt ein bisschen so eine finanzielle Situation und es gibt die Jahreszeit da draußen. Und dann ist es halt wirklich ein kleines Paket, was einfach im Endeffekt total natürlich ist, dass es dich dann zu dem Punkt geht, wo es dir einfach scheiße geht. Weißt du, wo du gerade, wo du gerade keinen Bock hast rauszugehen. Und das ist übrigens auch eine wirkliche Premiere für mich, auch mich mal mit dieser Sache zu zeigen, weil häufig gehe ich ja mit den YouTube-Videos raus oder auch in den Podcasts, wie erhöhst du deine Lebensenergie und Energy und noch mehr Energy und noch mehr Energy. Und ja, auch das hat natürlich eine Grenze, beziehungsweise hat natürlich auch seine Polarität, sein Gegenteil. Und das Gegenteil ist natürlich auch diese Momente, wo es dir einfach scheiße geht, wo du einfach gerade, ich sage jetzt mal, auch keinen Bock auf Leben hast, wo du wirklich einfach, ja, die Tür hinter dir zumachen könntest und sagen könntest, lass mich einfach alle in Ruhe. Und ich finde, das ist gerade, gerade in unserer heutigen Zeit, wo immer mehr Coaches und Speaker rauskommen und die sagen, hey, führ das Leben deiner Träume und du kannst alles schaffen und streng dich nur genug an. Und wenn du dann in dem Moment gerade, ich sage jetzt mal, abgefuckt in einem Zimmer stehst, dann denkst du dir, was willst du eigentlich von mir? Ich bin gerade kein High Energy und natürlich hat das andere deswegen trotzdem seine Berechtigung, weißt du, die ganzen Tools. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Aber was mir halt wirklich häufig fehlt, ist, es sind auch die Schattenseiten, es sind die Gefühle, die eben keinen Spaß machen, es sind die Momente, wo es dir scheiße geht. Und was machen wir dann damit? Also was machen wir dann damit? Und tatsächlich war sehr, sehr lang und häufig eine Strategie von mir, einfach drüber zu gehen, beziehungsweise so zu tun, als wären die Sachen nicht da. Und ich versuche jetzt einfach mal, die komplett andere Sache, das zu facen, das wirklich zu sagen, dass es da ist, ohne darin zu versinken, ohne dem ein krasses Stigma zu geben, ohne zu denken, oh Gott, ich muss gleich wieder zu einem Psychotherapeuten, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle total hilfreich sein kann. Aber da kommen wir vielleicht schon zum ersten Tipp oder zu dem, was mir hilft und vielleicht auch dir hilft, einfach erst mal zu sagen, es ist total okay, dass es mir gerade so geht. Also, weißt du, es ist total okay, dass ich gerade diese Stimmung, dieses Gefühl, diese Emotion in mir trage. Und dass die da ist, dass die wirklich da sein darf. Und wahrscheinlich hast du das schon sehr, sehr häufig gehört. Ja, du musst das einfach annehmen und lass die Gefühle einfach da sein. Und ich finde, das ist sehr, sehr häufig leichter gesagt als getan, weil es ist halt keine Momentaufnahme. Es ist nicht, okay, ich mache das jetzt eine Minute, es darf da sein. Und dann geht es schon weiter, weil dieses Gefühl ist halt nicht weg in dem Moment. Logisch nicht. Das kann sich über Tage, Wochen und vielleicht sogar Monate ziehen. Vielleicht zieht sich das bei dir auch einfach mal zwei, drei Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Und an der Stelle zu sagen, es darf da sein. Es darf wirklich da sein. Und sich selber den Raum zu schenken und zu sagen, hey, mir geht es gerade beschissen. Uns ist okay. Was nicht okay oder was vielleicht wirklich uncool ist, ist aus dem Gefühl, eine Story zu machen oder ein Drama zu machen. Mir geht es schlecht, weil das und das alles in meinem Leben passiert. Und deswegen werde ich nie wieder einen Freund, eine Freundin, einen Job oder irgendwas finden. Und mit dieser Geschichte diesen Gefühlssturm noch zu befeuern, also das Ganze zu füttern. Weil das ist weder für dich noch für deine Umwelt wirklich zuträglich und förderlich. Macht einfach keinen Sinn. Aber das Gefühl da sein zu lassen, ist ein echter Unterschied. Ist ein echter Unterschied. Und das ist für mich auch der wirklich erste Schritt der Heilung an der Stelle. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, du drückst nicht weg oder geh nicht drüber. Und gleichzeitig, finde ich, hat man trotzdem die Verantwortung, sich Gutes zu tun. Und das wäre auch mein zweiter Ratschlag, den ich dir an der Stelle einfach sehr, sehr gern mitgeben würde. Und mir natürlich auch. Ich höre mir hier auch sehr gut zu, dir einfach was Gutes zu tun. Du kennst die Sachen, die dir gut tun. Und selbst wenn das vielleicht jetzt nicht die gesündesten sind, weißt du, vielleicht ist es bei dir ein Schokoriegel oder du guckst deine Lieblingsserie an. Das ist völlig okay. Weißt du, in solchen Momenten wirklich seiner Seele auch einfach was Gutes zu schenken, was jetzt nicht in allererster Linie das Mega-Gesündeste ist. Was nicht heißen kann, dass es nichts Gesundes sein darf. Also sich einen schönen Spaziergang in der Natur zu gönnen. Und ich war zum Beispiel auch gerade draußen. Und einfach den Kopf ein bisschen frei pusten zu lassen. Vielleicht sogar die Kälte im Außen anzunehmen. Weißt du, also ich hasse das wirklich. Ich sage das wirklich. Ich hasse dies, wenn diese Kälte kommt, wenn einem der Regen und der Wind so ins Gesicht bläst. Und sich dafür auch zu öffnen. Also auch zu sagen, dass dieser Teil der Natur in dem Moment da sein darf. Und das gibt dann für mich wirklich so eine ganzheitliche Integration, sowohl von den Gefühlen, aber auch von diesen Jahreszeiten da draußen. Weil ich habe bei mir schon gemerkt, das war auch so ein Grund, warum ich so in dieses ganze digitale Nomaden-Business eingestiegen bin. Ich will im Winter raus. Ich will nicht mehr im Winter in Deutschland hocken. Und ich merke, dass sich da gerade was wandelt. Also nicht, dass ich immer noch nach Bali oder nach Teneriffa will. Auf jeden Fall. Aber mit der Natur zu gehen. Mit der Natur zu gehen. Eben mit den Zyklen. Mit den Jahreszeiten zu gehen. Mit den Erntezeiten zu gehen. Und auch zu sehen, wie sich eine ganze Natur zurückzieht. Wie sich Tiere zurückziehen. Wie sich auf den Winterschlaf vorbereitet wird. Ich finde, da kann man extrem viel lernen für sein eigenes Leben. Nämlich nicht dagegen zu kämpfen, sondern mit der Natur zu gehen. Und dann gibt es schon wieder einen ganz schönen Fluss in der ganzen Geschichte. Weil dann das... Es gibt halt wirklich beide Seiten. Es gibt den Winter und es gibt den Sommer. Und es gibt vielleicht die Freude und es gibt die Niedergeschlagenheit. Und das ist einfach Teil der Polarität, in der wir uns bewegen. Und ich glaube wirklich, wenn wir ganz heil werden wollen. Also wirklich ganz heil. Dann geht es gerade auch darum, in diese Tiefen vorzudringen. Und eben es zieht dich ja auch in die Tiefe. Also wenn man mal schaut, was die Geschenke auch von so einer Stimmung sind. Dass man über die eine oder andere Sache vielleicht wirklich ein Stück tiefer nachdenkt. Und für sich neue Lösungen sucht. Für sich neue... Ja, vielleicht sein ganzes Weltbild an der einen oder anderen Stelle auf den Kopf stellt. Wo man Sachen hinterfragt. Hey, passt das eigentlich noch für mich? Stimmt das noch für mich? Weil sehr häufig weist uns ja eben gerade dieses Symptom der Trauer oder der Niedergeschlagenheit ja auch auf was hin. Das eben vielleicht, was gerade nicht so im Lot ist. Und an der Stelle ist es schon wieder ein total schönes Geschenk und ein total guter Wegweiser, wie ich finde. Dort ein Stück in die Tiefe zu gehen und ein Stück nachzuforschen. Um sein Leben an der Stelle wirklich vielleicht auch wieder ins Lot zu bringen. Und dann kommen wir auch, also wenn ich sage, das Leben ins Lot, bringe ich schon wieder ein bisschen auch zu dem letzten Punkt, den ich dir gerne mitgeben würde an der Stelle. Nämlich Vertrauen zu haben. Vertrauen in dein Leben zu haben, dass das mit dir schon was vorhat und dass das einen Sinn hat, was dir gerade passiert. Und ich weiß, dass es für mich häufig in solchen Momenten eine der schwierigsten Momente oder Herausforderungen sind, dem wirklich zu vertrauen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, als das das allererste Mal in meinem Leben aufgetaucht ist, so mit 21, 22, da habe ich natürlich auch keinen Sinn darin gesehen und Vertrauen hatte ich da schon gar nicht. Ich war einfach nur abgefuckt. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, wo es mich hingebracht hat in meinem Leben, dann bin ich zutiefst dankbar darüber. Dann bin ich zutiefst dankbar, dass ich einen neuen Kurs eingeschlagen habe. Dass ich den Mut dann auch mitgenommen habe, einen neuen Weg einzuschlagen. Und natürlich ist in dem Moment, wo es gerade akut ist, das Vertrauen das wahrscheinlich mit das Allerschwierigste, weil du siehst gerade weder Sinn darin und warum soll ich, wenn ich keinen Sinn in irgendwas sehe, dann Vertrauen da reinlegen? Doch es hat Sinn. Da bin ich so fest davon überzeugt und dass das Leben dich wirklich an der Stelle führen will und dass das Leben an der Stelle wirklich für dich passiert und nicht gegen dich. dass jeder Unfall, jeder Schicksalsschlag oder jedes Gefühl, was da hochkommt, dass das einfach für dich passiert. Ich glaube, das Leben wirklich und das ist ein ganz, ganz tiefer Glaube in mir und da können sich wahrscheinlich auch unsere Geister scheiden, weil du vielleicht denkst, hey, fuck, wo soll der Vorteil daran liegen, dass ich jeden Tag darüber nachdenke, mich selbst umzubringen, weil ich es nicht mehr aushalte. Und glaub mir, auch diese Momente kenne ich. Auch diese Momente kenne ich. Und sie weisen dich trotzdem in einer gewissen Weise auch auf den Lebenswillen von dir hin. Weißt du, es gibt einen Teil in dir, der will total leben und es gibt einen Teil in dir, der will das erfahren, der will das durchleben. Und in meinen Augen macht es auch übrigens gar keinen Sinn, sich wirklich umzubringen, weil in meinen Augen das Spiel wieder von vorn losgeht einfach, beziehungsweise du wirst halt weiter vor die Herausforderung gestellt. Aber da sind wir jetzt an einem anderen philosophischen Thema, wie es denn danach weitergeht und ob es danach weitergeht. Wird übrigens auch noch ein Podcast dazu kommen, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde. Aber zurück einfach nochmal zu dem Vertrauen ins Leben. guck mal, ob du in der Situation, in der du dich befindest, vielleicht dir innerlich oder vielleicht sogar laut sagen kannst, ist, hey Leben, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich führst. Ich vertraue dir, dass du was mit mir vorhast. Und ich vertraue dir, dass diese Lernerfahrung, die ich hier gerade mache, wichtig und richtig ist für mein Leben. Also ich denke mir zum Beispiel, weißt du, wenn ich mal Menschen wirklich begleiten will, wenn ich Menschen unterstützen will, wie will ich denn mit jemandem in die Tiefe gehen und auch an solche Gefühle rankommen, wenn ich es selber nie erlebt habe. Also das war damals schon für mich irgendwie eine der coolsten Erklärungen, damit klar zu kommen, um zu sagen, hey, vielleicht hast du ja mal einen depressiven Menschen bei dir in der Praxis oder jemand, der echt sehr, sehr traurig ist, der verzweifelt ist. Und wenn du an einer gewissen Stelle selber gar nicht mal irgendwie diese Punkte geschnitten hast, dann kommst du einfach mit platten Ratschlägen und bist nicht im Mitgefühl. Das war zumindest damals für mich die Erklärung. Und deswegen habe ich das an der Stelle für mich dann einfach auch als Geschenk mitgenommen, und dass mir das passieren darf, um anderen Menschen an der Stelle wirklich weiterzuhelfen. Genau. Ja, das waren einfach mal so ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen wollte. Und eigentlich sollte der Podcast zum Thema Schattenarbeit werden. Und auch da wird noch einmal einer kommen. Aber was das Spannende ja einfach für mich war, zu gucken, ja, warum will ich denn gerade einen Podcast über Schattenarbeit machen? Weil es da gerade ein Thema in meinem Leben gibt, was ich mir eigentlich nicht so gern anschaue, vor dem ich sogar wirklich Angst habe, vor dem ich Respekt habe, wenn eben diese Gefühle hochkommen. Und die verändern ja total deine Sicht nach außen, weißt du. Also guck bei dir, aber ich merke, ich schaue dann auf einmal das Leben durch eine ganz andere Brille an. Ich sehe dann nur noch die unschönen Dinge. Ich sehe dann, ich habe dann an den Sachen keine Freude mehr, die mir mal Freude bereitet haben, weißt du. Und zu sehen, wie du einfach eine andere Brille aufsetzt und das Leben da draußen ist genau noch gleich. Aber du guckst es einfach durch eine andere Brille an. Und allein diese Reflexion oder dieses Bewusstsein da drauf zu lenken, das hilft mir schon ungemein. Und das ist im Endeffekt jetzt auch der Grund des Podcasts gewesen, um einfach ein bisschen Licht auch auf den Schatten zu werfen und sich den anzuschauen und zu schauen, was da gefühlt werden will, was da angenommen werden will und was da einfach integriert werden will. Und es gibt natürlich dennoch auch verschiedene Typen von Menschen, das finde ich vielleicht jetzt auch noch zum Schluss wichtig zu sagen, die einen gehen halt tiefer in die Emotionen rein oder die erwischt es vielleicht wirklich ein Stück, ich will nicht sagen doller, aber die sind halt von der Emotion mehr gepackt. Weißt du, jemand anders regelt das vielleicht viel mehr an seinem Kopf und macht sich dann seine Pläne, zack, 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 zack und dann geht es weiter. Aber dennoch glaube ich, dass jeder in seinem Leben einfach wirklich an die Punkte kommt, wo Emotionen hochkommen, die wir jetzt vielleicht als nicht gut sehen. Genau, also gerade die Wut, die Scham, die Angst, die Selbstzweifel, die Trauer, eben all diese Emotionen, die eigentlich erstmal nicht so schön sind, aber in denen allen ein Geschenk liegt und an der Stelle vielleicht auch ein kleiner Querverweis an die Vivian Dittmer, die hat einen wunderschönen Kurs Gefühle als Kraft, aber auch ein paar sehr, sehr spannende YouTube-Videos dazu. Wenn du nochmal tiefer in das Thema der Gefühle einfach wirklich einsteigen möchtest, schau dir das da an. Ich finde, die hat einen wirklich wunderschönen Ansatz, diese Sachen zu erklären. Und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank, Vivian, für deine Arbeit. Gut, nochmal kurz zusammengefasst, also vielleicht die drei Punkte einfach, die du wirklich vielleicht für dich mitnehmen kannst. Das Erste ist, kämpf nicht dagegen. Nimm das an, was gerade da ist und mach es nicht als gedankliches Konzept. Lass es wirklich einfach da sein. Nimm es an, ohne Drama draus zu machen. Lass das Gefühl da sein. Wenn nicht jemand fragt, sagt, ja, mir geht es scheiße. Ja, ich bin traurig. Und dann ist es okay. Wenn jemand nachfragt, warum, dann ist es natürlich total okay, auch das zu erklären. Weißt du? Aber es gibt wirklich einen schmalen Grad zwischen, ich rutsche in eine, ich nenne es jetzt mal Opfergeschichte, obwohl ich das Wort nicht ganz so sehr mag, aber mir fällt gerade jetzt kein besseres ein, wo ich wirklich mein eigenes selbst kreiertes Drama befeuere. Und ich weiß auch hier wirklich, wovon ich rede, weil das habe ich auch sehr, sehr häufig gemacht. Wenn man sich über die Maßen hinaus leidtut, wenn die ganze Welt da draußen auf einmal gegen mich ist und das passiert mir und das passiert mir und dann kommt man auch in so einen Groll und in so ein Schimpfen rein. Das meine ich nicht mit annehmen. Ich meine mit annehmen, ja, mir geht es scheiße. Ja, ich bin traurig. Ja, ich habe gerade keine Energie. Also es ist gerade für mich, für jemand, der wirklich sehr, sehr gern mit einer hohen Energie durchs Leben läuft, einfach zu sagen, ja, die Energie ist jetzt gerade nicht so hoch. Ja, dann machst du halt jetzt gerade keine 20 Liegestütze, sondern nur 10. Und das als total okay anzunehmen, finde ich, hilft mir wirklich, hilft mir wirklich. Und mach es wirklich immer wieder, solange es halt da ist, weißt du. Also nicht nur sagen, Stimmung angenommen, sondern morgen wird es vielleicht wieder da sein. Vielleicht ist es übermorgen da. Vielleicht ist es einen ganzen Monat da. Es ist okay. Okay? Genau. Und das Zweite, neben der Stimmung annehmen, wirkt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen konträr. Und im Gegensatz, hey, Stimmung annehmen und dir was Gutes tun. Ja, na klar. Warum solltest du dir nicht was Gutes tun können in diesen Momenten? Und jeder hat da was anderes. Weißt du, du weißt ganz genau, was dir gut tut. Ich kenne wirklich jemanden, der guckt dann am allerliebsten seine Lieblingsstaffelserie von vorn bis hinten durch. Und wenn du das bewusst tust, weißt du, wenn du das bewusst tust, wenn du sagst, mir geht es scheiße und ich tue mir jetzt bewusst was Gutes, dann ist das cool. Wenn du es benutzt, um dich abzulenken und halt das, also unbewusst tust an der Stelle, dann ist es eher kontraproduktiv in meinen Augen. Weil dann machst du es halt nicht mit dem Bewusstsein, es ist okay, mir geht es scheiße und ich tue mir bewusst was Gutes. Sondern, nee, mir geht es gut, oh, geile Serie, geile Serie. Aber fühlst das halt nicht, fühlst das halt nicht, dass es dir scheiße geht. Und das ist vielleicht der Unterschied. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist total okay, sich eine doppelte heiße Schokolade reinzuziehen. Ja, die hat Kalorien. Na und, es ist Winter und wir brauchen Winterfell. Genau wie die Tiere da draußen. Du musst jetzt nicht am Badestrand irgendwie jemandem was beweisen. Musst du sowieso nicht, aber im Winter noch viel weniger. Also, gönn dir deine heiße Schokolade, gönn dir ein dickes Stück Kuchen, gönn dir einen Kaffee. Alles, was deiner Seele gut tut. Wirklich, hier geht es um Seelenrettung und nicht um Body Shaping in erster Linie. Also, tu dir Gutes. Und natürlich darf es auch was Gesundes sein. Also, auch ein Spaziergang in der Natur ist dir was Gutes zu tun. Oder eine Meditation. Also, ich merke, Meditieren hilft mir tatsächlich auch. Manche finden es kontraproduktiv. Also, schau, ob es für dich passt, in solchen Momenten zu meditieren. Ich finde es ganz angenehm. Aber da findest du auch deinen Weg. Okay? Und es ist auch okay. Also, tu dir Gutes, wenn dir zum Beispiel es nicht gut tut, mit jemandem rauszugehen. Wenn du sagst, ich habe heute Abend keinen Bock, irgendwie auf eine Party oder auf sowas zu gehen. Dann, auch das ist sich was Gutes tun. Weißt du? Wenn dein Inneres gerade sagt, ich will einfach nicht rausgehen. Ich möchte jetzt für mich sein. Und auch das wieder ganz bewusst tust, dann ist es völlig in Ordnung. Also, Stimmung annehmen und dir was Gutes tun. Und zu guter Letzt nochmal die Challenge überhaupt, Vertrauen zu haben. Vertrauen ins Leben zu haben. Vertrauen in den Prozess zu haben, der da gerade passiert. Weil es will dich auf was hinweisen. Es will, dass du was integrierst. Es würde dir nicht passieren, wenn es sinnlos wäre. Ich glaube nicht, dass in der Natur oder im Leben irgendetwas Sinnloses passiert. Sondern, dass es für dich passiert und nicht gegen dich. Und, ja, vielleicht kannst du ja, wenn es am Morgen oder am Abend wirklich mit so einem kleinen Gebet oder mit so einem kleinen Wunsch da reingehen und sagen, hey Leben, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich führst. Ich vertraue dir, dass das, was gerade passiert, richtig ist. Dass das für mich passiert. Und, dass ich daraus einfach nur viel, viel gestärkter hervorgehen werde, als es jetzt ist. Genau. Ja, das waren einfach mal ein paar Gedanken von mir zur Jahreszeit, zu dem Thema Herbstblues. Und, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du konntest vielleicht ein bisschen was für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich einfach freuen, wenn du vielleicht Lust hast, eine kleine Bewertung oder Rezension dazulassen. Weil das einfach auch hilft, dass der Podcast vielleicht mehr gefunden wird. Und, ja, ansonsten wünsche ich dir einfach einen ganz schönen Tag noch. Egal, wie du ihn gestaltest. Und freue mich, dich in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Ciao. Dein Martin.